Vor einer Woche haben drei Jugendliche einen 33-Jährigen in Magdeburg totgeprügelt. Er ist am Dienstag diese Woche verstorben, der junge Mann. Der Richter lässt alle drei wieder laufen und sagt, es liegt kein Tötungsvorsatz vor. Und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ich bin wieder bei den Bananen für euch, denn wir sind wirklich in einer Bananenrepublik in diesem Land. Es gab letzte Woche eine brutale Attacke von Jugendlichen auf einen 33-Jährigen. Der Gassi gehen war mit seinem Hund. Er ist an den schweren Verletzungen an seinem Kopf nun verstorben. Mein Beileid gilt der Familie. Doch der Richter hatte nichts Besseres zu tun, als die Jugendlichen einfach auf freien Fuß zu setzen. Ein Antrag auf einen Haftbefehl wurde abgelehnt mit der Begründung, es liegt kein Tötungsvorsatz vor. Und da muss ich mir immer wieder die Frage stellen, ob der Richter noch alle in seinem Kopf, alle Schrauben richtig an der Stelle hat, wo sie hingehören und ob er denn wirklich Jura studiert hat oder ob er inzwischen das meiste vergessen hat. Vielleicht hat der Richter auch einfach zu viele seiner Gehirnzellen bei irgendwelchen Freizeitaktivitäten verloren oder er ist hier irgendeiner Ideologie anhängig geworden, die solche Dinge gut heißt, die solche Dinge schön redet. Es geht hier um drei Jugendliche, zwei Stück im Alter von gerade einmal 14 Jahren und ein 16-Jähriger. Die ganze Attacke hat natürlich auch noch stattgefunden, nachts um 1.30 Uhr. Da ist schon mal die erste Frage zu stellen, was haben denn die Jugendlichen nachts um 1.30 Uhr überhaupt auf der Straße zu suchen? Was ist mit den Eltern? Was lassen sie ihre Kinder hier nachts frei rum? Es war der Abend von Christi Himmelfahrt, also vom Herrentag oder Vatertag, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Ob Alkohol im Spiel war, wagt die Polizei bis heute keine Aussage dazu zu treffen. Es ist auch nirgendwo die Rede davon, dass ein Alkoholtest bei diesen Jugendlichen durchgeführt wurde. Und was hier wieder besonders auffällig ist, in jedem dieser Medienberichte wird nichts über die Herkunft, über die Nationalität dieser Jugendlichen gesagt. Und das lässt meistens den Schluss zu, dass es eben nicht deutsche Täter waren. Denn wenn deutsche Täter mit dabei sind, dann schreibt es die Presse immer ganz groß vorne dran, damit du und ich immer wissen, oh, das waren die Deutschen. Hier ist es weggelassen worden. Jetzt ist das schon eine Woche her. Ich habe wirklich 20, 25 Berichte dazu gelesen. Aktuelle von heute, von gestern, von letzter Woche. Aber in keinem dieser Berichte werden irgendwelche Aussagen getätigt zur Herkunft der Jugendlichen, zur Nationalität, auch nicht zu eventuellen Vorstrafen oder ob diese Jugendlichen Polizei bekannt sind. Und da muss man sich immer wieder die Frage stellen, was hat der Richter eigentlich in seiner Freizeit so konsumiert? Inzwischen ist es ja in Deutschland legal. Ich kann mir hier nichts unterstellen. Aber man muss sich doch wirklich fragen, wenn Jugendliche im Alter von 14 und von 16 Jahren auf einen 33-Jährigen einprügeln, ist das schon mal eine schlimme Sache. Wenn der 33-Jährige, wie hier geschehen, aber dann zu Boden geht und die Jugendlichen einfach weiter auf ihn eintreten, vor allem auf seinen Kopf eingetreten haben und der Richter dann sagt, da besteht keine Tötungsabsicht, dann stelle ich mal die Gegenfrage, welche Absicht besteht, wenn ich jemandem gegen den Kopf trete mit meinem Fuß, wenn er am Boden liegt, dass er saubere Zähne bekommt, dass man ihm die Haare nicht mehr frisieren muss. Also ihr seht, ich bin hier schon leicht erregt. Ich versuche mich gerade hier etwas ruhig zu halten. Es ist nämlich auch ziemlich warm, aber wir sind hier im Bananenstaat Deutschland, in der Bananenrepublik Deutschland, in der sowas möglich ist. Die Schuldfrage, die ist eindeutig geklärt. Die Jugendlichen haben sich gefilmt bei dieser Tat. Die Polizei hat dieses Video der Tat beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft hat das auch schon gesehen. Der Richter, der hätte es vermutlich auch schon sehen können. Ich denke mal, es war mit beigelegt bei dem Antrag auf Haft. Es geht hier also gar nicht um die Frage, ob diese Jugendlichen schuldig sind. Diese Frage ist schon geklärt, bevor es überhaupt einen Gerichtsprozess gegeben hat. Sie ist nämlich eindeutig. Sie ist wirklich eindeutig in diesem Fall. Und da komme ich wieder mit meiner Forderung. Bei Dingen, die so eindeutig sind, müssen die Leute erstens in Untersuchungshaft genommen werden. Jetzt wird hier darauf abgestellt, es sind Jugendliche nach § 72 Jugendrichtergesetz, wird hier von der Haft, von der U-Haft abgesehen, denn sie wären zu jung. Und da muss ich mir immer wieder die Frage stellen, nein, wir sind ab 14 strafmündig in Deutschland und ab 14 strafmündig heißt auch, man muss die volle Härte des Gesetzes spüren, inklusive U-Haft, inklusive Einzelhaft, wenn das notwendig ist. Und da spielt es leider in meinen Augen keine Rolle, ob das Jugendliche sind oder eben nicht. Das ist völlig irrelevant. Wer mit solchen brutalen Gewaltattacken gegen Mitmenschen vorgeht, egal wo sie herkommen, und wenn er dann noch weiter eintritt, wenn sie am Boden liegen, auch noch gegen den Kopf, dann ist das in meinen Augen immer ganz klar eine Tötungsabsicht. Denn was ist das Ziel, wenn ich mit einem starken Schuh, am besten noch mit einem Stahlkappenschuh, gegen einen Kopf trete? Da oben drin sitzt die Platine, hier ist der Hauptprozessor von uns. Wenn das Ding da oben kaputt ist, funktioniert das hier unten alles gar nicht mehr. Und wenn man auf jemanden eintritt, der am Boden liegt und Richtung Kopf tritt, ist das in meinen Augen ein eindeutiger Tötungsabsichtsansatz. Wer das anders da sieht, der kann mir das gerne mal unter das Video schreiben. Wie auch immer ihr das seht, selbst wenn es dann kein Tötungsabsichtsansatz ist, wenn man das so argumentiert, so gibt es überhaupt kein Argument, diese Jugendlichen hier weiter auf freiem Fuß zu lassen, denn sie haben dafür eine Strafe zu kassieren. Das Beweismaterial, das wurde gesichert. Es steht jetzt noch die Obduktion des 33-Jährigen aus. Und dann wird eindeutig geklärt sein, durch welche Schäden an seinem Hirn, beziehungsweise vermutlich Schädel-Hirntrauma, vielleicht Aneurysma, je nachdem, wie oft sie den Kopf getroffen haben und von welcher Stelle, ist hier wirklich von schwersten Verletzungen auszugehen. Der junge Mann wurde auch notoperiert, noch in der Nacht. Bei dieser ganzen Tat war es so, er konnte dann am Ende nochmal aufstehen, nachdem die Jugendlichen von ihm abgelassen hatten und konnte flüchten und den Notruf absetzen. Es war also zunächst erst einmal gar nicht klar, wie schwer er verletzt ist, aber ihr kennt das mit den Verletzungen am Kopf. Das kommt teilweise erst Tage später. Das kennen wir auch von Verkehrsunfällen, wo man immer dreimal besonders aufpassen muss, wenn man einen Auffahrunfall hatte. Man hat einen Halswirbel, so ein HWS-Trauma, wie man immer sagt, ein Schädel-Hirn-Trauma. Da können Spätfolgen auftreten, Tage danach. So ist es hier geschehen. Der 33-Jährige, er ist nun nicht mehr unter uns. Dafür haben wir drei Jugendliche in Magdeburg, 14, 14 und 16 Jahre alt, die weiter ihr fröhliches Leben als Kind oder als Jugendliche führen können. Niemand weiß, was sie jetzt so tun, ob sie denn jetzt wieder warten, um an von Leichnam abends den Nächsten zu treffen. Nochmal, es war 1.30 Uhr in der Nacht. Sie hätten überhaupt nicht auf der Straße sein dürfen. Hier haben die Eltern ganz klar die Fürsorge- und Aufsichtspflicht über ihre Kinder verletzt. Darüber findet man kein Wort. Es müsste hier auch ein Ermittlungsverfahren gegen die Eltern eingeleitet werden. Eventuell müsste man hier sogar die Frage stellen, ob die Eltern in der Lage sind, das Sorgerecht für diese Kinder noch weiter auszuüben. Und da muss ich auch sagen, da bin ich ganz dafür. Ich bin selbst Vater und es ist immer das letzte Mittel des Staates, wenn der Staat einem die Kinder wegnimmt. Wenn man aber so einen derartigen Kontrollverlust über seine Kinder erlitten hat, dann hat man in der Erziehung nicht nur einmal was falsch gemacht, dann ist da jahrelang bzw. vermutlich ein Jahrzehnt lang bei diesen Jugendlichen etwas falsch gelaufen. Dazu kommt noch, mir wurde gestern mitgeteilt, in einer Schule aus einer Grundschule, in der jemand unterrichtet, den ich kenne, hat sich folgendes zugetragen. Ein achtjähriger Junge hat den anderen gezeigt, wie man einen Joint drehen kann. Alleine das ist schon schlimm genug. Er sagte, es zeigt ihm sein Bruder. Und was ist am Ende passiert? Es gab einen Drogentest bei diesem Achtjährigen. Der Drogentest war positiv. Und auch da stellt sich die Frage, ein Elternteil ist deutsch, ein anderer ist nicht deutsch. Hier haben alle versagt. Und der Staat, der schaut einfach zu. Der Staat lässt es zu, dass die Verrohung der Gesellschaft weiter Fahrt aufnimmt. Es wird hier niemand bestraft. Die Eltern müssen hier ganz hart bestraft werden, wenn sie so etwas dulden bei ihren Kindern. Wenn Eltern bei ihren Kindern dulden, vor allem bei so kleinen Kindern, dass sie Drogen nehmen, dass sie das auch noch draußen rum erzählen, dass sie selbst drogenpositiv sind, dann muss man den Eltern dieses Kind wegnehmen. So bitter wie das ist, ich weiß, Pflegefamilien sind sehr selten. Und es ist auch sehr schwierig für solche Kinder in Pflegefamilien, aber sie in ihrem häuslichen Umfeld zu belassen, wo sie quasi erst so erzogen wurden, wie sie sind. Denn Kinder kommen nicht als Mörder auf die Welt, nicht als Drogenkonsumenten. Sie kommen auch nicht als Messerstecher auf die Welt oder als Vergewaltiger, sondern sie kommen als friedliche, liebende, kleine Wesen auf die Welt, die spielen wollen, die ihre Natur erkunden wollen, die ihre Umgebung kennenlernen wollen. Und alles, was dann daraus passiert, ist die Folge von Erziehung oder eben von Nichterziehung. Man muss die Kleinen behüten, schützen, formen und man muss es ihnen vorleben. Und genau beim Vorleben habe ich eine Vorstellung, wie das hier bei gewissen Fällen gelaufen ist in der Vergangenheit. Die Jugendlichen in Magdeburg von 14, 14 und 16 Jahren, vermutlich ist es zu Hause ebenfalls so, da wird vermutlich der Vater die Mutter schlagen, misshandeln oder sowas. Es wird einfach geduldet. Wenn sie aus dem arabischen Raum kommen, ist die Frau sowieso weniger wert. Und ich sage nochmal, Bananenrepublik Deutschland, wenn ihr sowas weiter duldet, dann werdet ihr in Zukunft sehen, was ihr davon habt. Irgendwann werden die Leute das Mittel der Selbstjustiz ergreifen und werden einfach selbst tätig werden. Selbstjustiz ist in unserem Land verboten. Das will ich auch weiterhin betonen. Man darf das nicht tun. Aber wenn der Staat hier so lasch ist, dann braucht man sich nicht wundern, wenn es den Leuten einfach hier steht. Wirklich hier oben. Es ist das Maß schon lange voll und es läuft hier jedes Mal weiter über. Es soll jetzt inzwischen einen neuen Haftantrag geben gegen einen dieser Jugendlichen. Da frage ich mich immer, was wird da so lange geprüft? Nehmt die drei und locht sie ein. Holt die Eltern ab und locht sie mit ein. 14 Tage für jeden, einfach mal für jeden. Die schwedischen Gardinen von innen sehen, die Luft des Betons schnuppern, der Edelstahl-Toilette. Und danach sehen wir uns in einem Gerichtssaal wieder. Und dann sehen wir mal, ob das etwas auslöst bei diesen Jugendlichen. Denn nur wenn der Staat stark ist, wenn der Staat Kante zeigt, wenn der Staat sagt, bis hierhin und nicht weiter, wenn du weiter gehst, dann lochen wir dich ein und lassen dich verrotten in einem elendigen Loch. Egal, ob du 14 bist, ob du 16 bist, ob du 50 bist oder ob du 80 bist, wenn du Straftäter bist, hast du nichts in der freien Gesellschaft verloren. Man muss dich wegsperren. Du bist eine Gefahr für die offene Gesellschaft. Und jemanden wie dich möchte ich nicht auf den Straßen haben. Absolut nicht, ja. Es ist absolut grotesk, dass sowas in Deutschland weiterhin möglich ist. Wir sehen das täglich teilweise, täglich, dass solche Gewaltattacken passieren. Sie haben schon versucht, Obdachlose anzuzünden aus Spaß. Aus Spaß. Und da frage ich mich immer, Leute, was macht ihr in eurer Freizeit? Also, früher waren es die Ballerspiele am Computer für die Amokläufer in den Schulen. Heute gibt es kaum noch Amokläufe in den Schulen, Gott sei Dank. Aber es ist die innere Sicherheit auf den Straßen, die einfach ausgehebelt wurde. Und so wird hier einfach alles geduldet. Ich verstehe nicht, wie in Magdeburg ein Richter so ein Urteil fällen kann, beziehungsweise mit so einer Begründung diesen Antrag ablehnt. Ich hoffe, ich hoffe, dass er keine Kinder hat. Denn wenn er selber Kinder hat, dann könnte es sein, dass seine eigenen Kinder irgendwann auch mal davon betroffen sind. Und da muss ich mir immer wieder die Frage stellen, was sind das für Eltern? Was sind das für Eltern, die ihre Kinder so erziehen, die das dulden, ja? Das sind keine Eltern, die das Wort Eltern in meinen Augen verdient haben. Ich bin gespannt auf deine Meinung, wie du das siehst, ob man hier wirklich mal mit harter Hand durchregieren muss oder ob du der Meinung bist, es ist schon in Ordnung, wenn jugendliche Gewalttäter, die hier jemanden getötet haben durch ihre körperliche Gewalt, wenn sie einfach weiter Teil unserer Gesellschaft sind und vielleicht bei deinen Kindern im Schulbus sitzen morgen oder mit dir im selben Geschäft einkaufen gehen. Und wenn du dann das falsche Wort sagst, dann fangen sie sofort an, wieder auf dich einzuprügeln. Und wenn du am Boden liegst, dann haben sie nur noch deinen Kopf als Ziel. Ich würde mich da wehren mit Händen und Füßen, sofern das möglich ist. Aber sie dürften gar nicht mehr frei herumlaufen. Das machen sie in diesem Land. Und dann wundern sie sich, warum die AfD immer mehr Stimmen bekommt, weil die Justiz einfach zu lasch ist und weil die Politik die Justiz nicht anweist. Wir könnten die Gesetze verschärfen, wir könnten Mindestarrest, Jugendarrest, wir könnten das alles durchziehen und einführen. Man muss es nur wollen. Und wenn man etwas will, dann kann man sogar Berge versetzen. Das sehen wir in anderen Ländern, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich grüße die Niederländer, die gesagt haben, das Recht auf Asyl wird zwei Jahre über den Haufen geworfen. Wir machen zu, wir haben keine Lust mehr, ihr könnt euch nicht benehmen. Tut mir leid, wir haben keinen Platz mehr für euch. Schreib mir mal deine Meinung unter dieses Video. Damit bis bald. dann kommt die 676 umских ? Vielen Dank.